um außerdem sind wir alle etwas älter und etwas vergesslicher zumindest nicht alle der K von uns Bombe zweimal sogar gleich das 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 gibt der Wurm jetzt endlich Ich rühre. Nein, da ist wieder einer. Das war da aber. Ist das wieder einer? Ah! Bumble? Da war noch ein Moment drin stehen. Ja, da ist es auch ein Multiplayer, die Frage, ob man das will. Wenn man dann z.B. sagt, okay, ich bin jetzt bei Level 20 oder irgendwas. Aber ich will z.B. sagen, ob ich das Gift steifen können. Oder ein Bumble oder sowas, dann ist vielleicht Schwierigkeitsstufe normal. Vielleicht doch ein bisschen so grisch. Ja. Ein bisschen Spaß müssen wir auch haben. Ein bisschen was zu tun, ein bisschen was zu zeigen. Wenn wir sterben. Ist das, glaube ich, mehr wie natürlich. Nee, dann sind wir einfach so dumm, um zu gucken, was auf uns draufhaut. Das auch, ja. Ja, wir sind hier schließlich keine Pro-Gamer, sondern Casual-Gamer. Pro-Casual-Gamer. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und da hinten ist, glaube ich, noch ein großer, oder? Ja. Dieses Teil hier. Nein. Will mich doch nicht fressen. Na gut. Wir haben auch keinen Lukas dabei, der noch ein Teil bekommen hat. Gold. Oh oh. Ja. Wir haben auch noch mehr von einem Teil. Ja. Ja. Wie geht's um hier? Jetzt muss ich übrigens glauben. Das ist ja so. Ausgerützt. der hat mich zurückgehalten da geht es runter ich glaube da hinten ist nicht mehr viel genau die karte können wir beim zurückdecken vielleicht noch aufdecken wahrscheinlich gibt es da wieder ein portal raus dann haben wir einen pitchgap genau sparen wir uns den weg also ich hasse es halt die ganzen dungeons erstmal den einen weg hinzugehen und dann wieder zurück genau einmal vorwärts einmal rückwärts ich frage mich gerade worum ich das erinnert hier diese organischen teile alle haben nur wenige gegenseitig der hat wehgetan da geht es aber nicht mehr weiter oder? ne steht noch einer? nö aber wir müssen ja rufen nö 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 Nein! Nein! Duh! Hat wieder alles gepumpt. Fihol! Hat wieder alles gepumpt. Das ist kein Problem. Ah! 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 Wir haben unten was übersehen, so einen kleinen, er kommt uns entgegen, nur vorhin Das war ganz anders Hat sie Bock? So, muss ich auch lösen sein Ja, ich komme zu Batzen Und los geht's. Habt ihr alles? Ja. Ja. Der X-Key will drink your best Mana-Potion. Was will ich mit Mana? Ja, es gibt es auch für, ich glaube, Z, der Z-Button. Wenn du mal schnell Leben brauchst aus dem Z, und dann nimmst du dein bestes Health-Potion. Fehlt noch einer. Ja, genau. Ich trau mich nicht vorhin. Na komm. Hier ist keiner. Du bist der Berserker. Ach so, ich bin der. Ah, scheiße. Ah, der sieht aber nett aus. Guten Tag. Ah ja. Ich glaube, man gehen kaum noch ein Klemmenraum. Oh Gott. Ich bin der Berserker. Ich bin der Berserker. Ah, der ist wirklich. Ich bin der Berserker. Ich bin der Berserker. Ich sehe nichts. Da ist er. Ich bin der Berserker. Jetzt ist die Tasche überall klar. Oh. Erstmal schnell den Müll umschiften. Gottes Willen... War echt... Also der war ja jetzt... Ich sage mal nicht unbedingt knackig, aber der war... langwierig. Irgendwie... Ein Unique Item bekommen... Ei vom L3 bekommen... Was ist denn das? Requires Level 24... Danke fürs Gespräch... Aber ein schöner Gürtel... Die kann man wegschmeißen... Ich kann schon mir eine Pistole... So viele Hände hast du gar nicht mit Pistolen oder? Ich brauche keine einzige... Mh... Hier ist noch irgend so ein Vier rausgetropft... Glaubt der ne Axt eigentlich? Ui... Oh... Oh... Boss Chest... Was kann das? Tot... Wir haben... Ach... Der ist zweihändig... Na gut... Ach... Jetzt kommen auch die Boss Chest... So... Wo habt ihr sie denn? Da? Naja... Naja... Wir waren dann nicht wirklich... Boss Chest... Ansonsten ist hier nix mehr... Na gut... Extra braucht keiner oder was? Wer nimmt extra? Nö... So... Wieder zurück? Nö... Ja... Ja ne... Sparen wir uns das kleine Eckchen was wir ausgelassen haben... Oh mein Pferd hat mich in der Stadt getroffen... Ja... War doch gerade beim Verkaufen... Ja... Ja ich hab mir zwei noch was geschickt... Ich habe eine neue Quest... Na gut... Lass mich doch wenigstens noch mein Inventur hier in Ordnung... Äh... 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 Weil das was wir hier über alles eingesammelt haben... Ist der Hammer... Ja... Inventuriepflege ist ja echt wichtig... Und extrem kompliziert... Da haben wir einen sehr tollen... Polarm benutzt keiner von euch oder? Nö... Nö... Ah, wir sind in der Stadt... Da kann ich wenigstens was in meine Kiste legen... Diese komischen Edelsteine hier immer... Das war die falsche Kiste... Hm... Na gut... Nö... 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 Wir sind in der Stadt...